Hallo zusammen, heute am 1. Dezember beginnt wieder unsere traditionelle Spendenaktion um die Weihnachtszeit. Bis zum 15.01. bitten wir euch wieder uns zu unterstützen und das Ziel ist ein großes, nicht nur inhaltlich, auch finanziell, wir haben ja immer das Ziel, das Ergebnis des letzten Jahres und haben über 4.000 Spender und neue Mitglieder 149.522 Euro gespendet. Wir sind gespannt, ob wir das nochmal erreichen oder toppen können. Das kommt natürlich jetzt auf euch an. Auf handverband.de könnt ihr wie üblich den Fortschritt verfolgen. Täglich aktualisieren wir da unser Spendenbarometer, da könnt ihr mitfiebern. Und ihr könnt auch wieder was gewinnen. Wir haben ein paar schöne Preise wieder bekommen für alle Spende ab 10 Euro und für neue Fördermitglieder, die in dem Zeitraum beitreten. Die Details dazu und die Preise findet ihr auf handverband.de. Wie immer finanzieren wir mit den Spenden unser Hauptprojekt für das kommende Jahr. Im letzten Jahr war das die Bundestagswahl. Wir hatten uns vorgenommen, Cannabis zum Wahlkampfthema zu machen und Cannabis zum Thema in den Koalitionsverhandlungen zu machen. Jetzt steht die Legalisierung von Cannabis in lizenzierten Geschäften im Koalitionsvertrag. Riesenerfolg, nicht nur für uns, aber auch für uns. Und damit ist auch die Aufgabe fürs nächste Jahr klar. Mit dem Koalitionsvertrag ist die Legalisierung noch nicht sicher. Das ist ein Riesenmeilenstein auf dem Weg dahin, aber die Legalisierung kann immer noch scheitern. Und daran müssen wir arbeiten, die wirklich jetzt durchzusetzen und vernünftig durchzusetzen. Dass wirklich verbraucherfreundlich ist, dass diese Cannabisgeschäfte eine echte Alternative, eine bessere Alternative zum Schwarzmarkt sind. Mit vernünftiger Auswahl, mit vernünftigen Preisen. All das gilt es jetzt anzugehen. Wichtig ist aber auch, was nicht im Koalitionsvertrag drinsteht. Auch da wollen wir noch weiter schieben an wichtigen Baustellen. Als Beispiel, der Eigenanbau steht nicht im Koalitionsvertrag. Wir wollen selbstverständlich, dass die Konsumenten auch in gewissem Umfang für den eigenen Verbrauch selbst Hanf anbauen dürfen. Wir wollen die Führerscheinfrage endlich vernünftig regeln, dass nüchternen Fahrern der Führerschein nicht mehr entzogen wird, nur weil sie Cannabiskonsumenten sind. Und wir wollen eine Amnestie für frühere Cannabisverbrechen, die jetzt keine Verbrechen mehr sind. Löschung dieser Daten aus den Akten. Das wichtigste Projekt fürs nächste Jahr, das wir mit den Spenden finanzieren wollen, ist eine Konferenz, Cannabis-Normalkonferenz, wie wir sie schon mal gemacht haben beim Handverband, um zu besprechen, welche Details der Legalisierung besonders wichtig sind, welche Detailvorschläge ihr habt, was Experten dazu sagen, Aktivisten, Politiker, Wissenschaftler zusammenbringen, um den besten Weg zur Legalisierung von Cannabis zu finden und gegenüber der Politik zu vertreten. Leute, wir können das jetzt schaffen. Wir waren noch nie so nah dran an der Legalisierung, aber wir haben sie noch nicht sicher. Wir brauchen jetzt erst recht eure Unterstützung, mehr denn je, um das Ganze über die Ziellinie zu bringen. Wir sind fast am Ziel. Spendet jetzt an den Handverband, werdet Fördermitglied, wenn ihr es noch nicht seid und sprengt das Spendenbarometer auf handverband.de. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.